So! Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Hehehehe. Opfero. Von BattleBlock Theater. Aufnahme Session 4. Und wir spielen jetzt Chapter 4, zusammen mit Knochi. So, Kapitel 4. Es wird wärmer. Es wird wärmer. Ich glaube nicht, dass es wärmer wird, denn wir haben eine Eiskanone. Bei mir ist es gerade kalt. Ja, genau. Das ist aber echt grad sauber. Na gut, 27 Grad. Das geht. Bei mir ist 25 Grad, haha. Ja gut, dein PC ist auch noch halb so groß wie meiner. Die letzten Aufnahmen war es 33 Grad. Ja, Alter, ist das so schrecklich. So, Entschuldigung. Ah, okay, dann nicht. Entschuldigung, gleich auch noch. Warum ist hier schwarz? Entschuldigung. Hehehehe. Können wir die irgendwie mitnehmen oder so? Ja komm doch! Die können wir schieben. Deine Mutter können wir ja auch schieben. Ja, ich weiß. Danke. Komm. Bau mir ein Haus. Hm, war ich noch nicht ganz? Ja komm, zieh alle mit. Komm, wir nehmen jetzt alle mit. Hehehehe. Gut, dann seid ver... Hä? Ah, okay, ich kann das nicht. Hm. Stell ihn hier drauf. Stell ihn hier drauf. Ja okay, egal, komm. Ah. Ah. Hehehe. 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 Oh. Oh Gott. Ah. Ah. Wie bist du auch gekommen? Versprungen? Wie? Komm mir. Ach man. Mann. Du weißt schon, dass dann eigentlich... Hä? Wie, wie nehm ich denn den Stein? Hehehe. Hehehe. Schweiß mit rechter Taste. Wie ist das? Also hab ich zumindest immer. Ah. Mit B wirfst du den Stein dann. Okay. Okay. Danke. Geist. Natürlich. Hehehe. Hehehe. Nein. 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 Doch. Nein. Hast du diese... Oh lol. Oh lol. Oh lol. Okay. Okay. Das war jetzt weniger geplant, aber... Ich muss den Stein holen. Ich muss den Stein holen. Den Stein erweißen. Nimm mich hoch. Nimm mich hoch. Ja. Komm. Äh. Da hin. So shit. Spacko. Oh. Nein. Mann. Nein. Kann ich doch nicht mehr. Wie nehm ich den denn? Ah. Oh lol. Zum Glück bin ich in der Luft gestorben. Nein. Sag mir mal wie ich den Stein bitte nehme. Wichs dir ins Maul. So. Mit welcher Taste? Nein. Nein. Das wollte ich nicht. Ach du Anfänger. Andere Seite noch. Andere Seite noch. Andere Seite noch. Nein. Wie soll ich den denn holen? Du Mods drum, wenn ich alle Steine sammle. Ja ist doch egal jetzt. Wenn wir eh schon alle auslasten, dann geh ich da jetzt auch nicht mehr extra zurück. Ach jetzt ist das egal. Ja. Mann. Wir haben doch jetzt eh schon 5000 Level verkackt. 2. Ja. 2. Ja. Wir haben bei jedem 9. Hat nicht funktioniert. Nicht wirklich. Warte ich. Oh. Ok. Ich komm rechts dann. Ja komm doch. Scheiße. Hallo? Du bist ja trotzdem noch gestorben. Nein. Wie? Nein. Ok. Ja. To play. Bitch. Wir müssen noch da unten. Wir müssen noch da unten. Da. Ist. Doch da ist der. Jaaaa. Oh ich dachte schon dass es klappt. Jetzt kommt es wieder. Ja. Das muss funktionieren. Du Arschloch. Lol. Never let me alone. Ha du bist. Verreckt. Aua. Nein 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 nein. Warte da oben ist doch. Das ist ein Scheißspiel. Hä? Der ist verreckt. Werf mich. Der ist verreckt das Ding. Oh. Oh. Du bist so gut. Gib dir selber raus. Ja. Nein. Ha. Du Schlampe. Och. Doch. Mhm. Mhm. Dann nur noch. Und auch damit. Hahaha. 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 Okay. Er streikt einfach. Nice. Wegen dir haben wir keinen Zeitbonus bekommen. Jaja genau. Wegen mir. Jaaaa. Wer war als erstes im Ziel? Jaa. Ich. Ne. Ich glaube nicht. Verpiss dich doch. Ne. Möchte ich aber nicht. Verpiss dich. Okay. Tiny. Oh. Tiny. Tiny. Einfach alle eine Stein. Ach. Wie? Wie kommer man denn da oben hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin das... ...das Gehirn. Was machst du denn da? Besuch da rein zu. Ich will da rein. Warte, kann ich... Ne. Hä? Wie soll das funktionieren? Kann ich dich zur Seite werfen? Soll ich. Auch nicht, ne? Das ist der most beautiful gemstone I've ever seen. Achso. Komm Steine raus! Ich habe auch mehr Angst. Wie soll ich da mitnehmen? Aha. Äh. Äh. Ich komm da nicht hoch. Oh. Äh. Ja. Wie funktioniert denn das hier? Wir müssen noch mehr Steine da runter kriegen. Aber ich habe keine Steine mehr. Kannst du nicht noch einen holen? Oh. Pfff. Yeah. Die kann man doch holen. Dachte ich. Aber du konntest nicht. Ja wie denn? Wie nimmt man die denn jetzt? Sag doch mal. Ja mit RT. Aber ich nehme die die ganze Zeit mit RT. Äh. Ey. Katze. Verreck. Oh my god. Das ist doch scheiße hier. Okay. Gib mir mal Steine bitte. Aber schau ich drück RT und er nimmt sie die ganze Zeit und schmeißt sie weg. Oh noob alter. Ich drück doch RT. Ach der muss doch drückt RT. RT ist schmeißen. Was ist nehmen? Mit RT. Nein. Da schmeißt er sie. RT D. Ach jetzt leck mich doch. Ich schau jetzt in die Options. Du bist so dumm. Ne ich glaub's dir nicht. Idiot. Ne da steht das nicht. Aber bei mir ist RT werfen. Vielleicht hast du ne andere Steuerung. Wir brauchen noch einen. Ich glaub wer das nicht machen soll kann auch sein. Hä? Ich glaub wer das nicht tun soll. Doch doch. Oder? Nein. Jetzt können wir nicht mehr runter. Egal dann. Scheiß drauf. Ach jetzt haben wir scheiß drauf. Ach du. Lass mich einladen. Ja. Ich hab schon alle Waffen. Und du glaub ich auch was. Am Ende so. Iiii. Brauchen die alle noch? Ja. Ja. Ich will doch 100% haben. Ja. Wollte ich auch. Aber jetzt haben wir eh schon alles verkackt. Jetzt ist auch schon scheißegal. Ja. Wir hätten auch schon 100% gehabt. Weil wir keine Zeitding gemacht haben. Ja. Ja. Eben. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bye. Sometimes.